Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part. Halo. Wir sind hier bei den Hierarchen. Was sagst du, Cortana? Ja, wo ist das denn genau? Da. Ah, okay. Also da müssen wir jetzt hin. Mal sehen, was dann passiert. Und ja, wie das so ist. Also einmal nach oben hier. Komm. Schneller. Oh mein Gott, Laden. Natürlich hier eiskalt. Boah. Episch. So, mal sehen, wo ich jetzt hier ankomme. So. Nochmal mit Gefühl. So, ähm, ja, hier sind gut die Floodlau unterwegs. Allerdings will ich die einfach mal kurz eiskalt ignorieren. Ich will einfach mal nach oben rennen. Ups. Also, hier einmal hin. Ups. Das ist die Zeit unserer Entweltlichung. Die Zeit, in dem wir ehren, wie Götter. Wenn ich mit Wahrheit fertig bin. Wenn Sie sie nicht halten können. Ähm, ja, das war jetzt eigentlich so die große, im großen und ganzen die Geschichte von Master Chief in Halo 2. Den werden wir leider nicht nochmal sehen. Ähm, nur jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit zum Orbiter, meine ich. Also ich weiß nicht mehr genau, was es war. Also, keine Ahnung. So, gucken wir mal. Hm. Wo sind wir hier? Wo die Räte die Weile des Symbols sehen sollen. Den Beginn der großen Reise. Noch kann man das Leben des Schüsse des Reisern. Ich muss da rein. Dann mal aufsitzen, Gebiete. Ich weiß, wie wir durch die Türen kommen. Sehr schön, gut. Also, rein damit. Hm. Fällt mir. Hm. Komm. Ähm, lässt du mich da rein? Aha. Du nimmst das andere Ding da? Okay, auch gut. Ich folge euch dann mal einfach. Ihr wisst ja bestimmt, wo es hingeht. Oh, cool. Ich hab hier sogar das Dings. So ein schönes... Oh, das tut mir leid. Wollte ich nicht. Tut mir leid. Ähm, ja, wir haben hier auch so einen coolen Boost. Ja, gefällt mir. Alter, ich hau meine Kollegen hier noch um. Ich sag es euch. Ich hau die noch um. Und zwar das Übelste. So. Ähm, ähm, das sind noch ein paar Ghosts überall. Den haut es um und den haut es auch um. Sehr schön. Okay, dann geht's weiter. Na komm. Mal hin in mein schöner Wraith. Oh, noch ein feindlicher Wraith. Ah. Egal. Pöle ich erstmal auf den drauf. Ich kann es mal. So, sehr schön. Okay. Da haben sie sich erledigt. Oh, da ist ja noch einer. Mensch. Du Schwein, du. Komm. Dich noch. Und da vorne noch. Okay. Hätte sich das erledigt. Und wir, äh, fahren hier mal weiter durch die Gegend. Und so. Und da sehen wir ein hübsches Allianzschiff. Ah, komm mal her da. Kleiner Flattler. Kenn ich doch. Sehr schön. Ah, und mein Panzer geht auch schon langsam auseinander. Wie geil das aussieht, ey. Wie geil. So über dem Meer. Mit den Wolken. Boah, episch. Verdammt episch. Ich bewege mich mal weiter. Oh, und go. Ein schöner Scarab. Oh Gott. Oh Gott. Der Phantom geht mir gerade ziemlich auf den Sack. Ups. Ja, genau. So. Komm. Da noch einen kleinen Burhut. Ach, das ist ein Elite, okay. Ah, da ist er noch. Komm, verreck. Gut, dann kann ich mich jetzt hier mal rausbewegen. Dann schön... Ah, ja. Hm. Die Waffen gefallen mir nicht so gut. Oh, hey. Oh, ihr seid bei mir. Oh, sehr gut. Jäger auf meiner Seite mal ausnahmsweise. Gefällt mir. Oh. Also, rein da mal. Komm, geht mal meine kleinen Jäger. Ihr haut alles um. Los. Komm. Komm. Komm, da gibt's nochmal einen Kuss aufs Maul. Oh, gefällt mir. Richtig gut. Richtig gut gefällt mir das. Ah, die Jäger, die hauen einfach immer noch alles um. Komm. Da haben auch die Nennen-Burts keine Chance. Sehr schön. So, war's das an Munition oder habt ihr hier noch was? Oh, ihr habt hier noch richtig viel. So, noch ein paar Boot-Ganaten. Gut. Und wir können dann weitergehen. Hallo. Oh, hey, da drüben. Komm. Komm, mein schöner Jäger. Ah, sehr schön. Du schießt auch. Hier, sehr schön. Ich bewege mich hier mal lang. Vielleicht komme ich hier irgendwie näher an die ran. So. Ja, was war das denn? Was war's, glaube ich, mit diesem Hauptmann da? Hm. Doof aber auch. So. Komm. Bisschen Munition wäre nett. Ist klar. So, da kommen noch ein paar... Oh, hey. Scheiß Schakale bleiben natürlich wieder bei der Allianz. Ist klar. Wobei wir ja eigentlich auch noch Allianz sind. Beziehungsweise uns gerne dazu zählen würden oder sowas. Keine Ahnung. Ist alles nicht ganz so einfach. Gerade. So, ich bewege mich dann mal weiter. Keine Ahnung, die... Die oder der. Ah, du kommst mit. Sehr schön. Gefällt mir. Der andere Jäger, den hat's, glaube ich, irgendwo mitgerissen. Also... Hm. Doof. Aber, naja, kann man nichts machen, ne? So, wo komme ich jetzt denn hin? So, na schön... Ah, gucken wir da an. Ein Sniper. Gut positioniert natürlich. Komm. Direkt. Hier auf. Ah, wo ist denn der Blöde? Da ist der blöde Sniper. Natürlich noch ein paar... Drohnen. Komm. Sehr schön. Warum die eigentlich keine Sniper haben? Das wäre ja cool gewesen eigentlich. Also so... Ach du Scheiße, ein Phantom. Oh, hey. Ähm. Hallo. Bin ich, äh... Kind of uncool. Ich geh mal weiter. Da hab ich keine Lust drauf. Da hab ich gar keine Lust drauf. Einfach... Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Ist, glaube ich, die beste Idee. Also, hier lang. Einmal Tür auf. Nächste Tür auf. Mal sehen, wo es uns hinführt. Und einen weiteren Raum. Hm. Schwert. Hm. Oh, nee. Gar nicht cool. Gar nicht cool. Ach du Scheiße. Heilige Scheiße hier. Mensch, Mensch. Das ist gar nicht cool. Boah, Hilfe. Diese Boots, die sind gar nicht cool gerade. Total viele. Und total nervig auch. Oh, hey. Schäm dich. Hm. Hier noch irgendwas. Da noch einer. Das war's dann mit meiner Munition auch leider. Komm, verreck. Hm. Ich bin gerade am überlegen, ob ich unten vielleicht in den Nahkampf gehen soll mit dem Dings hier. Guck mal, kann ich mir das sowieso mal nehmen? Ah, da kommt mir eine gute Idee. Da kommt mir eine richtig gute Idee. Ah, hallo. Oh, und da haben wir einen schönen Eliten. Ey, Alter, das war nicht nett. Alter. Ich meine, ich habe ja nur ein Plasmaschwert und ein Schild, aber nein, okay. Hau mich ruhig um. Also, das war jetzt irgendwie leicht, äh, uncool. So, ähm. Natürlich jetzt noch das Bootgewehr. Ich natürlich jetzt auch noch erstmal benutzen. Oh Gott, ey. Oh Gott. Hallo. Ey, das ist jetzt irgendwie... Ja, ja. Ne? Komm, schmeißt ihr ruhig eure Granaten. Ich baller hier mal gerne drauf, noch. Ach, du heilige Scheiße. Aha. Komm. Verreck. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Komm, zwei Schuss habe ich noch. Vielleicht erwische ich ja noch was. Wäre ja mega cool. Ups. Einen habe ich noch bekommen. Ah, gefällt mir. Gefällt mir. So. Oh nein. Das ist jetzt mal sowas von uncool. Das ist jetzt mal sowas von uncool. Komm. Ähm. So. Jetzt gibt es erstmal aufs Fressbrett hier mit. Boah, ey. Übertreibt es noch. Übertreibt es. Übertreibt es. Kein Problem. Boah, Hilfe. Alter, hallo. Was habe ich da denn für eine Chance noch? Schon wieder mein Schild umgehauen? Nachladen. Okay, werden langsam weniger, aber da habe ich trotzdem keine Chance, wenn die mich hier total zuballern. Guck mal, dass ich überhaupt irgendwas damit treffe. Das werden ja irgendwie weniger, also von daher ist da schon irgendwas, ah, zu treffen sein. So. So. Wie gesagt, werden ja immer weniger. So. So, da haben wir noch einen letzten... Dings. Wo ist der? Wo ist der? Ne, eigentlich will ich mich damit nicht in den Nahkampf begeben. Das ist eigentlich so gesehen keine gute Idee. Wenn wir unsichtbar machen. Hm. Hallo. Wo ist der? Wo ist der? Jetzt nicht, dass der nach hier oben gerannt ist, ne? Ist der tot gewesen oder was? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Warte mal, ich will mal hier die Tür aufmachen. Ich meine, da ist so ein cooler Elite da. Da ist noch eine Elite. Hier habe ich irgendwo auch einen Jäger gesehen. Hier. Zwei Jäger sogar. Ja, das will ich jetzt irgendwie aufmachen. Ich will die irgendwie haben, dass die mir hinterherlaufen und so. Irgendwas muss hier doch sein, dass ich das aufkriege, oder? Geht keine Tür auf. Komm. Hier auch nicht. Ey, komm. Sag an. Wie kriege ich die auf? Kriege ich die nicht auf? Okay, jetzt mal eiskalt Waffen tauschen. Warum nicht? Kann ich da ein Dings zusammen noch? Ja, jetzt ist es einigermaßen voll. Nun mal. Ah, okay. Das geht so. So, oben habe ich, meine ich, noch einen gesehen. Hier war, meine ich, noch einer, oder? Ne, da. Ähm. So, das war's dann, glaube ich, oder? Na gut, dann folgt mir mal. Oder, ja, oder geht einfach vor. Ist auch gut, ich mein. Hilfe kann ich gebrauchen. Also, gehen wir mal. Hier lang. Los. Ja, noch eine Tür auf. Und noch eine Tür auf. Ja, richtig, Eliten. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, Gott. Ein paar Marines. Ist ja auch irgendwie cool. Bums. Das hat gut zugehauen. Was passiert denn jetzt? Tartarus hat sich im Kontrollraum eingeschlossen. Tja, ich habe zufällige Schlüsse dafür. Lothar, schaffen Sie sich an den Banshee und geben Sie mir Deckung. Er weiß sicher, dass wir kommen. Oh, yeah. Ja, genau. Wir fahren im nächsten Part. Äh, Banshee. Also, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, Leute. Und bis denne. Tschö-hü.